Pro Region. Wir stehen zu unserer Beteiligung an der FAM GmbH. Mit dieser gemeinsamen Erklärung haben sich Stadt und IHK Darmstadt sowie mehrere südhessische Landkreise heute für die Fortsetzung und den Ausbau eines gemeinsamen Standortmarketings unter dem Dach der Frankfurt-Rhein-Main GmbH ausgesprochen. Es war ein Problem erkennbar, dass Frankfurt-Rhein-Main sich allmählich in Auflösungstendenzen befindet. Das wäre schlecht, weil wir glauben, es ist eine sehr gut funktionierende Organisation, die Standortmarketing eben international für die Region betreibt. Und wir wollen als Südhessen unsere Stimme auch erheben und sagen, da machen wir mit, sind wir weiterhin dabei. Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Austritte. Es gipfelte in der Ankündigung des Rückzugs des Landes Hessens Ende 2013 aus der Frankfurt-Rhein-Main GmbH, sich zurückzuziehen. Wir sind der Meinung, dass es dringend notwendig ist, die FRM als unser Instrument für internationales Standortmarketing zu stärken. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass erst die Region die Stadt Frankfurt überhaupt zur Metropole mache.